So und jetzt, da gibt es einen Sänger namens Michael Jabman und dieser Michael Jabman kann noch wesentlich mehr als nur singen, er kann vor allem auch fabelhaft Gitarre spielen und das wird er uns jetzt in einem Stück beweisen. Hier ist an der Gitarre Michael Jabman. Gitarre Michael Jabman Gitarre Michael Jabman Gitarre Michael Jabman Michael Jabman, das ist der Augenblick, wo wieder ein paar hundert Gitarre in den Ofen stecken, weil der Mann halt um der Spiel kam.